Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen FIFA MOBAT 1.1 Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Jawohl, wir gehen zuerst mal ins Football Freeze Event rein, denn da ist ja gestern Abend dieser neue Abschied rausgekommen und zwar die Rutschgefahr. So, ich habe ja schon ein bisschen gespielt und man kriegt halt hier diese Spinguin-Punkte und davon kann man sich dann glaube ich hier diese Münzen holen, glaube ich. Irgendwie, ich habe das jetzt noch nicht so ganz gecheckt. Könnte mir auch in meinen Kommentaren helfen, wenn ich sowas falsch erzähle. Auf jeden Fall habe ich das jetzt so verstanden. Zuckerstangenweg bin ich relativ, ja nicht so weit, also ich habe 1100 aktuell. Ja, so ein Sommer, ich weiß ja nicht, ob ich das wirklich noch schaffe. Ich werde es probieren, also ich werde wirklich probieren, mir den Kollegen hier zu holen. Wenn es nicht klappt, dann doch eher ein Emre-Chan. Genau, aber wir haben heute zwei Packs, vielleicht sogar drei Packs am Start. Und zwar gehe ich erstmal direkt in den Shop ein, denn da kann ich noch das Gratis Flash Sale Pack öffnen. Jawohl. Es ist nichts zu besonderes, aber dadurch, ich habe jetzt einen Token bekommen und dadurch habe ich jetzt fünf Token. Das bedeutet, wir können uns hier dieses 80 plus Elite Spieler Pack holen. Und ich hoffe mal, dass es ein geiler Elite Spieler wird. Ich denke mal, es gibt keine Packer-Animationen. Das weiß ich schon. Ja, ich hoffe einfach, dass das ein geiler Spieler wird, ein geiler 80 plus. Nicht so wie Vidal letztes Mal. Aber, Leute, ich würde sagen, ich habe drauf gedrückt und es wird, es wird, es wird, es wird Mertens. Okay, okay, Mertens. Dreh ist Mertens. Oder wie heißt der mit Vornamen, ne? Der heißt doch irgendwie so mit Vornamen, irgendwie. Sieht man das denn hier nochmal? Keine Ahnung. Irgendwie so. Irgendwie so. Mertens. Ah, ich glaube, 83, okay, okay, aber ich glaube, der ist gone. Der ist nix wert. Der ist nix wert. Safe call. Ah, ich gucke nochmal nach. Ich gucke nochmal nach. Mertens. 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 100k? Okay, 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 okay. 100k schmecken, sag ich ehrlich, aber ich denke mal, der ist billiger. Ja. Ne, Leute, ne, ne, ich lasse es. Ich lasse es lieber. Wir können hier noch ein Pack öffnen. Genau. Da, US-Angriff-Pack. Mal gucken. Okay, wir kommen leider nicht zu Pack. 2 mal 79. Naja. Ich kann hier noch zwei Skillbootser büssen. Box-to-Box ist für Leon Goretzka. Sehr schön. Komm, gleich haben wir sogar die 103 dadurch. Ich glaube nicht, aber wir hören euch. So, Level-Aufsteg hier nochmal. Zack. Und Angriff für Chris-Männchen. Auch auf Level 7. Mal gucken, haben wir vielleicht dadurch die 103. Ne, leider nicht. Leider nicht. So, ich gehe rein ins neue Team of the Week, weil das ist gestern auch aktualisiert worden. Und es gibt einen, ja, Toni Kroos. Das ist geil. Lozanus auch geil. Bailey ist okay. So mittelmäßig. Der Rest ist alles schmutz. Hier, Coselli-Schmutz. Hernande-Schmutz. Obwohl Hernandes würde sich sogar nehmen. Ist ja der Bruder von Luka. Aber die Stats bis auf Tempo. Und... Ne, ne, ne. Auch Schmutz. Die Karte, also... Der Spieler an sich ist ganz cool, aber die Karte hier ist Schmutz. Ja, also wie gesagt, die ersten drei sind cool. Ich habe ja schon mal ein Pack vorbereitet. Wir können vielleicht sogar noch eins öffnen. Ich habe ja schon ein bisschen gearbeitet. Also ein bisschen vorgearbeitet. Mir fehlt nur noch ein Spieler. Mal gucken, ob ich mir den gleich noch hole. Ich würde sagen, komm, ich hole mir einfach nochmal schnell einen. Team of the Week. Nein, hier wollte ich nicht drauf. Team of the Week Spieler. Der nicht so teuer ist. So, Programm. Team of the Week. Mache ich mal... Ah, 82 soll der ja schon haben. Preis mache ich einfach mal 200k. Gibt es da vielleicht irgendeinen? Jawohl. Hier. Paulinho, Junge. Paulinho. Nehmen wir mit. Dann können wir zwei Packs öffnen. Das ist sehr nice auf jeden Fall. Und bitte einen Toni Kroos. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viel der wert ist, aber ich denke mal, dass das schon ein bisschen was wert ist. Der gute Toni. Toni, Toni. So, zack. Weg damit. So. Jetzt haben wir hier nochmal 100 Punkte. Sehr schön. Dann können wir jetzt zwei Packs öffnen. Ich würde sagen, erstes Pack. Let's go. Wir gehen rein. Bitte EA gönnt. Bitte EA gönnt. Bitte EA gönnt. 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 Groß. Groß. Ja, Leute. Toni Kroos. Boom, Leute. Jawohl. Da ist er am Start. Toni. Toni. Ole. Toni. Ole. Ole. Jawohl, Alter. Erstes Pack. Toni Kroos am Start. Sein Tempo ist maximal lost, aber die Karte ist einfach geil. Ähm, ja. Ich hab sie einfach gezogen. Beim ersten Pack hab ich sie einfach gezogen. Geil, Alter. Geil, geil, geil. Und das ist denn noch was wert? Oh. Aber ich überlege mir den vielleicht auch, ich überlege ihn auch vielleicht zu spielen. Ich guck mal kurz nach. Groß. Groß, groß, groß. Groß die Nelly. Aber ich werde jetzt kein weiteres Pack öffnen, by the way. Weil die anderen, nee. Okay, Jungs. Das spare ich mir dann auf. Die haben nochmal 100 Punkte fürs nächste Team of the Week. Oh, okay. Okay, okay. Vielleicht verkaufe ich ihn doch. Mal kurz gucken. Gucken. Unter 600k. Bubble. Kann ich mehr sprechen. Oh, okay. Okay. Mehr als 600k. Ja, ja. Es schmeckt. Es schmeckt. Es schmeckt. Die Münzen schmecken. Oh, okay. Es wird besser. Es wird wirklich besser. Was geht denn jetzt hier ab, Leute? Was geht denn jetzt hier ab? Komm, 700k. Oh, Leute. Was geht hier ab? Als ob der so teuer ist. Ich mach mal 750. Ich denk mal, da sollte er jetzt kommen. Äh? Hab ich was falsch eingestellt? Nee. Oder? Die Moto Week? Lol. Als ob der 800k wert ist. Was? Was geht hier ab? Jungs und Mädels. Ich bin schon, mich nicht los. Ich gehe die ganze Zeit hier so hoch. Aber ich würde ganz genau... Hä? Ja, moin. Ja, moin. Lol. Komm, ich mach mein Für. Warte, 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 warte. Nicht wehtun. Aua, aua. Nicht schlagen. Warte. Ja, moin. Als ob der billigste. Nur 800... Eine Million? Komm, ich stelle mein Für. Komm, ich stelle mein Für. 9,5 rauf. 9,5. Jawohl, Alter. Jawohl. Ehrentonikos. Ehrentonikos. Tonikos. Tonikos. Ehrentonikos. Jawohl. 950. Jawohl. Sehr schön, Alter. Da haben wir schon über eine Million am Ende, Jungs. Ich würde sagen, das soll es gewesen sein von diesem FIFA-Moma-Video. Heute mal kein Worst-Angriff-Spiel und kein Liga-Spiel. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und natürlich auch ein Abo droppen. Ist ja ganz klar. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen und supporten. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann morgen im Video wieder. Mal gucken, was vorhin kommt. Weiß ich noch nicht. Lass mich einfach überraschen. Huch. Genau, ich bin raus. Habt alle noch einen schönen restlichen Donnerstag. Genau, die Ferien fangen jetzt auch bei euch. Denk ich mir alle an. Und ja, out right. Und ciao. Ciao.